Es ist online geschaltet, die Top-3-Spiele von Wiesbaden am Rundschwein wird jetzt in der Halle am Rundschwein. Die Strecke sind in der Halle am Rundschwein. Die Strecke sind in der Halle an. Die Strecke sind in der Halle am Rundschwein. Die Strecke sind in der Halle am Rundschwein. Rundschwein, Rundschwein! Die Strecke sind in der Halle am Rundschwein. 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 Alayna? 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 Es ist! Der Wiesbadener Kurier präsentiert das Endergebnis des heutigen neuen Spiels. 25 zu 20, gratulation, 3 zu 0. Das ist der Sieg für den SSC Schwerin. Aber ich bin mir jetzt einmal in unserer Macht, in unserer Leben ist. Ich bin stolz auf diese Truppe. Ich hoffe, ihr seid es auch. Die Minute von Fonzi Niesmann! Jetzt sind es tatsächlich noch ein paar Sekunden, in denen die Letzten abstimmen können. Das ist, wie gesagt, neu in der MVP-Wahl jetzt interaktiv. Weiß wir noch nicht abgestimmt.